Hey, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Fashion Famous Zusammen mit der Izzy, die hier noch ein bisschen am Spawn rumsteht, weil sie sich gerade Essen holt Wir haben heute drei Kategorien, die erste ist gelb, also einfach alles, was du findest, was gelb ist Ich bin, äh, oh ja, ich glaube, ich bin an was dran Hey, wo bist du? Hallo erstmal, guten Tag Hallo, bist du da? Warte, kann ich meine Haut gelb mal? Okay, ich hab's gelb, meine Haut wird gelb Meine Haut wird gelb Okay, warte, es gibt keine gelben Premium-Haare, das ist nicht gut Du willst billig Haare nehmen? Äh, okay, dann nehm ich billig Haare So, gelbes Gesicht Hast du denn schon ein Outfit? Nee Also doch, aber kein gutes, ein Übergangs-Outfit hab ich Das ist ganz furchtbar, oh nein, ist das ein hässliches Gelb Besser als in Unterhose auf der Bühne zu stehen Das ist wahr, das ist wahr, aber die Haare sind so furchtbar, ich hasse sie Neuer Versuch, neue Haare, diesen nehm ich erst diesmal Nein, 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 ich will die daneben, die hier Okay Wir versuchen es nochmal, das sind auf jeden Fall bessere Haare Vielleicht nehm ich das hellere Gelb, dann sieht das nicht so aggressiv aus Ähm, okay, das ist gut Wir sind hier auf einer Mission Gelbes Gesicht, da ist, glaub ich, recht offensichtlich Zwei Minuten nur noch Äh, was man nimmt, das ist das hier Das nehmen aber alle, das nehmen einfach alle Okay, dann nehm ich vielleicht das andere Gesicht Das sieht zwar ein bisschen gemein aus Aber da kann man jetzt nichts machen Warte, die haben alle das gleiche Gesicht? Alle haben das mit der Maske Wieso das denn? Weil es gelbe ist Ja, ich seh gemein aus, ich möcht, ich möcht auch das Gesicht mit der Maske Ich wechsle Vielleicht nehm ich doch kein gelbes Gesicht Ich hab ja schon ein gelbes Outfit Ich hab lieber ein hübsches Gesicht als, äh, weißt du, wirres Aussehen Du wirres Aussehen, ja Partikel kannst du ja auch noch holen So gelbe Glitzerpartikel gibt es Oh, okay Die wurden leider schon von mir geklemmt Nein, wie jetzt? Nein, alles gut Oh, 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 gelbe Flügel Gelbe Flügel, gelbe Flügel, gelbe Flügel Warte, ich will die richtigen Flügel, aber Ich hab nur noch so wenig Zeit, das ist so stressig Okay, 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 das sind komische Oh Gott, was ist das denn? Wer hat denn diesen komischen Tiger? Die sehen aus, die Zwillinge Nein, die eine macht die andere schon wieder nach, wahrscheinlich Oh, wie mies, ja Okay, hier ist nichts gelbes Gibt's gelbe Handtaschen? Gibt es keine gelben Flügel? Ich fühl mich hier sehr gestresst 30 Sekunden nur noch Ich hab keine gelben Flügel gefunden Wir haben nicht mehr so viel Zeit, das stimmt Okay, ähm, dann, äh, schade Hab ich leider ein furchtbares Outfit und werde verlieren Es ist wahr Die hat sich an den Saxophon genommen Okay, dann nehm ich auch eins, das ist gelb Was ist denn mit dem Saxophon? Ich hab ein Saxophon Ich kann's nicht nehmen Hallo, hallo Ich hab's, okay Wollt ihr irgendwas für die Hände, soll ich mir auch ein Saxophon geben? Hol dir auch ein Saxophon, komm, Schluss, aus Ende Ich hab jetzt auch ein Saxophon Okay, wir haben alle Saxophonen Gut, wir sind gelb Wir sind in Paris In Frankreich Wui, wui, warst du schon mal in Paris? Äh, nee In Frankreich? Das Ding ist, ich hab sogar Familie in Frankreich, aber ich war noch nie da Warst du noch nie da? Nee War einmal in Disneyland Das war, da war ich sechs Okay, das ist hübsch Warte, die hat einfach kein Gesicht Holy Moog Okay, ich hab mich gerade sehr erschreckt Okay, ich find es sehr hübsch, aber für das Gesicht muss es leider abzugeben Warte, wie schafft man das? Ich hab keine Ahnung Man hat doch ein Anfangsgesicht, oder nicht? Wie hat sie das gemacht? Ich hab jetzt drei Sterne gegeben aus Gruseligkeit Gesicht Matthew Kann es sein, dass das Saxophon verbuggt ist? Weil die alle halten ihren Arm so nach vorne Ah, meinst du, die haben alle Saxophon Gelbe Schuhe, gelbe Haare, gelbes T-Shirt Gebe ich fünf Sterne Da kann ich nicht anders Also, fünf Sterne Ich weiß nicht, ich fand die roten Tasse nicht zu passen Kokos Adriana Oh, guck mal, sie hat das Saxophon Sie hat leider keine gelbe Rose und keine gelben Schuhe Ja Vier von fünf Sterne Maske ist süß Gelbe, ja Die Haare sind aber auch mehr beige Ja, das stimmt Aber es sieht süß aus Also, vier Sterne Uh, alles Käse Oh, yeah Oh, mein Gott, du hast die Flügel gefunden Oh, mein Gott, dein sieht so gut aus Ich bin nur neidisch Ah, das ist, was ich wollte Aber stattdessen habe ich hier Quark gemacht Du wirst es gleich sehen Okay, Ronja Okay Ähm Ja, ne Also Es ist nicht schön Ey, wirklich Es ist super hübsch Ich find's voll schön Ich hätte gerne noch irgendwie Flügel gehabt Sag an, dein Haar ist so schön Die Haare sind hübsch Ja, das stimmt Ich glaub, du gewinnst das Ich sag dir, du gewinnst das Du gewinnst immer irgendwie Ich hab das Gefühl Ich gewinnst immer in deinen Folgen Aber du gewinnst immer in meinen Folgen Oh, die ist sehr gelb Der geb ich fünf Sterne Aber das ist ein Fakt Das ist mir irgendwie immer aufgefallen Und seitdem war das immer wahr Ja, das stimmt Aber ich hab nie gewonnen, wenn ich selber gefilmt hab Aber andersrum gewinn ich ständig Okay, okay, ich bin gespannt Ich bin einfach auch ein gutes Outfit Kann auch zweimal auf die Ich nehm den dritten Platz dankend an Jeder mit nem Saxophon in der Hand Wieso bin ich dein Letzter? Wieso bin ich dein Letzter? Ich hab dir fünf Sterne gegeben, gell? Irgendjemand Du, das ist so ein gutes Outfit Alles klar Die nächste Kategorie ist Pink Ich bin diesmal bereit Weil Premium hat pinke Haare Das hab ich schon gesehen Ich bleib hier jetzt einfach sitzen Das hab ich schon gespottet Weißt du, Maria Ich bleib hier jetzt sitzen Am Anfang, okay Und mache in den letzten 30 Sekunden Mein komplettes Outfit Okay Ich bin gespannt Ich hab das Gefühl Sowas kann actually gewinnen Okay Flügel, die Flügel Es gibt halt Die sind ganz schöne Diskriminierer gegen Gelb Weil Gelb gibt's kaum was Aber Pink gibt's Wunderschöne Haare Wunderschöne Flügel Wunderschöne Keine Ahnung Kopfbedeckung Pinke Taschen Pinkes Outfit Da hast du alles Ja, das stimmt halt echt Okay Ich nehm das Gesicht Um mal was anderes zu Ne, ich nehm das nicht Das sieht furchtbar aus Ich war grad voll so Oh, ich nehm ein anderes Gesicht Das ist bestimmt voll schön Mhm Okay Ich hätte gerne Welches Gesicht gefällt mir denn? Ich find das hier süß Aber ich glaub Das hatte ich letztes Mal schon Aber ich nehm das, glaub ich Jedes Mal Irgendwie war das gleiche Gesicht Na gut Vielleicht kann ich das hier nehmen Ja, ich glaub das ist gut Okay Alles klar Ich bin jetzt quasi soweit Hab ich mir gedacht Aber dann ist mir aufgefallen Ich hab noch kein Outfit an Deswegen suchen wir jetzt In der letzten Minute Noch ein Outfit Ich glaub das hier ist sehr süß Und dann bräuchte ich noch eine Hose Bist du schon Hast du schon angefangen? Oder? Ne? Ne, noch nicht Ich fang bei 60 Sekunden an, glaub ich Mal gucken, ob wir es am Ende Mal schauen Ich bin gespannt auf jeden Fall Okay, kann ich hier die Schuhe haben? Ich glaub ich für die Schuhe Ja Oh ja Oh, ich hab hübsche Schuhe Okay Vielleicht kann ich das sogar so lassen Weil da sind Shorts dabei 3, 2, 1 Okay, let's go Okay, renn Ich muss jetzt alles nehmen, was ich sehe Sofort Okay, ich brauch noch eine Hose Die Hose sind pink Ja, passt schon Das ist pink Zählt das als Hose? Oh, das ist süß Oh mein Gott, ich hab so ein gutes Outfit Wetten, ich werd letzter Platz Ich hab so ein hübsches Outfit Ja, es ist halt echt Es ist wirklich so Die Hose hat schon wieder kein Gesicht Hier Amixer Amixer kommt schon wieder jetzt ohne Gesicht auf die Bühne Ich möchte es hier nur mal angemerkt haben Es gruselt mich Alles klar, hast du es geschafft Hast du ein Outfit zusammengestellt gekriegt? Ja, irgendwie schon Ich bin auf jeden Fall nicht komplett weiß auf der Bühne Okay, das ist schön zu hören Wir sind in Seoul, Südkorea Was Gutes Wir können mal eine Challenge machen Wo wir immer nur 60 Sekunden haben Oh mein Gott, das klingt eigentlich ganz spannend Das klingt, glaube ich, schwer Und wir müssen damit gewinnen Okay, okay, okay Video-Idee ist notiert Schreibt meine Kavotage Okay Oh, das sieht hübsch aus mit dem großen Rock Aber da fehlt mir was für die Hände Muss ich sagen Die Hände, oh mein Gott Da hätte ich gerne eine Handtasche oder irgendwie Eine Kette oder sowas gesehen Vier Sterne Die Augen waren auch pink Oh, pinke Haare hätte sie machen können Ja, das stimmt Fällt mir gerade auch Eigentlich hätte sie das machen müssen Weil pink ist Okay, danke Spontanes Outfit Yeah Hä? Das ist so gut für 60 Sekunden, ne? Ja, das ist klar Aber es tut mir leid Ich gebe dir nur vier Sterne Weil deine Hosen sind rot Ja, was soll ich machen? Ich habe halt nichts Besseres gefunden In der Sekunde Es tut mir leid Ich muss ja eine faire Wertung geben Niemand ist sicher vor der vier Sterne Oh mein Gott, ist das pink Ist auf jeden Fall kein Thema verfehlt Das ist vielleicht ein sehr aggressives Pink Aber sie hat nichts, was nicht pink ist Ich kann nicht anders als fünf Sterne geben Das ist leider wahr Ja Auch wenn die Haare Ein Bein Ich finde den Pulli voll hübsch Wenn ich verliere Letzter Platz Das ist ein Certified Das ist ein letzter Platz Ein Stern Ein Stern Null Sterne Oh mein Gott Ich glaube, die gewinnt Ich glaube auch, die gewinnt Hä? Ich fürchte es Ich fürchte es auch Okay, sie hat pinke Haare Deswegen muss ich einen Stern geben Aber sonst hat sie halt leider nichts gemacht Ist das die letzte? Ich glaube, das war es Uh, die hat auch das süße Outfit Oh mein Gott, das sind fünf Sterne für mich 100% Die Schuhe sind gold Die Strumpfhosen Das Outfit Die Haare Die Hut Die Hut Die Hut Der Hut Die Flügel Alles Ich bin ein großer Fan Yeah Alright Dann Werting Und 100% Letzter Platz Ich sag dir Die mit den pinken Haaren Auf dem Treppchen Oh mein Gott Ich bin zweiter Du bist zweiter Ich bin zweiter Ich kämpfe mich hier durch In Fashion Famous In letzter Zeit Ja Nice So, und wir haben die letzte Und dritte Kategorie Und das ist blau Ähm Ich mach meine Haut blau Ich werde es tun Haare gibt es auch blaue, oder? Glaube Oh ja, ja, ja Da sind blaue Haare Ich glaub blau könnte gut aussehen Weiß nicht Du hast glaub ich recht mit den Klamotten Es gibt halt nicht so richtig Es ist schwierig, ne? Ja, ja Deswegen hab ich gedacht Mit der Haut Da ist man den anderen Schon mal einen kleinen Schritt voraus Und sie wissen es gar nicht Oh, das sind auf jeden Fall schon mal blaue Flügel Ihr kommt mit Wie war's bei dir? Weiß nicht Also Ich glaub nicht so gut bei dir Aber ich versuch's mal Ich hab leider gelbe Schuhe an Das ist halt nicht okay Was ist das? Das ist blau Oh, das ist gut Oh mein Gott Hä? Ist das ein Lock oder ist das ein Lock? Das ist auf jeden Fall blau Jedes Mal räumen die den ganzen Laden um Hier sind keine Handtaschen mehr Wo sind die denn? Ich hab die noch nie umgelacht Die räumen die erstmal beim den Laden um Ne, 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 ne Daran liegt's nicht Das ist ne reine Umräumung hier Okay, warte Das ist ne gute Tasche Die ist blau Die ist Obwohl Nämlich die Die ist lila Oh, die ist blau Ah, die hat ein gelbes Bändel Ne, die kann ich nicht nehmen Die ist blau Okay, der wechselt Das ist gut Vielleicht gibt's sonst noch blaue Items Hm Vielleicht ist die schöner Oh ja, die ist besser Die ist besser Okay, ich hab ein perfektes Outfit Ich gewinn das Ich möcht's hier nur schon mal gesagt haben Oh nein, Ronja Ich hab Ich seh nicht gut aus Okay Das ist gut für mich Dann werd ich gewinnen Okay Oh nein, ich schaff das nicht Aber ist die in der Handtasche? Es gibt eine Ja, ja Nein In der Mitte Oh Oh, sie war in der Mitte Nein Aber dafür sind wir in Miami In den USA Und Ich möchte es gerne gewinnen Ich bin sehr stolz auf mein Outfit Ich find, das Gesicht funktioniert sehr gut mit dem Rest Aber wahrscheinlich hassen es alle anderen Kokos Andrea Uh, okay Kokos Andrea Blaue Haare Blaue Augen Blauer Pulli Blaue Hose Weiße Schuhe Aber blaues Accessoire Ähm Ich bin halt vier Sterne Ich find, das passt nicht so gut Es hätte ein bisschen Ein bisschen besser sein können Ich glaub, immer die, die was schreiben, gewinnen Pass mal auf Ich schreib auch gleich was Oh, das ist süß Ah, warte Bin ich das echt? Das bist du Oh, ja, ja Oh, deine Haare Warte, hast du zwei Paar Haare an? Ja, ich hab zwei Paar Haare Ich dachte, weißt du Einmal ist auch feinig Die Schneefloppen sind schön Danke Okay, ich werd schreiben Ähm Blau ist meine Lieblingsfarbe Vielleicht voten mich die anderen Das ist jetzt meine Strategie Ich versuch mir hier Um jeden Preis den Sinn zu erschienen Okay, die find ich süß Die kriegt fünf Sterne von mir Die hat alles Die hat ein Item Die hat Haare Die hat Item Ja, das Item ist richtig cool Ja, auch vier Ich bin richtig Ja, das ist auch vier Sie hat auch leider Kein Hand Item Sie sieht ein bisschen traurig aus Ja, ja Okay, ich bin bereit Hier meinen Text zu schreiben Zum Glück hab ich noch Zeit Meine Flügel Aber den Puddy Oh, die ist hübsch Aber mit den Haaren Sieht das gut aus, oder? Ja, ich geb Ich geb fünf Sterne Okay Ah Color Ausrufezeichen Please Vote Me Oh mein Gott Du bist komplett blau Ich bin sehr blau Wow Du siehst so hübsch aus Das Gesicht ist cool, gell? Das Gesicht Und die Krone Und die Flügel Absolut schön Denkst du, das hat funktioniert Oder denkst du Die Haare sind so schön Ja, ich, gell? Ich fand die Haare auch sick Vor allem heißen die so gut Zu der Hautfarbe Ja Komm schon Okay, 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 okay Glaub bei dich Dankeschön Dritter Platz Ich nehme den dritten Platz Oh, warte, ich bin zweite Oh, damn Du bist zweite? Nice Stimmt, mit deinen Doppelhaaren Ey, blau Knappe Kiste So, das war's mit dieser Folge Fashion Famous Welche Farbe war eure Lieblings Outfitfarbe Beziehungsweise welches Outfit Fandet ihr am besten? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben Nein, es war blau Ja, meins war auch blau 100% Alright, dann Wenn ihr es noch nicht gemacht habt Abonniert den Kanal Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Macht's gut Tschüss Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal